...nehmlich nur 10 Stunden und 30 Minuten und das heißt, ich kann Ihnen jetzt schon eine pünktliche Ankunft in San Francisco versprechen, so wie Sie es von der Deutschen Lufthansa gewohnt sind. Wir freuen uns, dass Sie heute unsere Gäste sind, dass Sie unsere Gesellschaft geholfen haben, um an den Saar zu fliegen. Machen Sie es uns am Wort geholfen, genießen Sie den Fuhren und genießen Sie vor allem den Info-Francernis. Ich wünsche Ihnen eine frohe Nacht, Adama. Wir fliegen die Maruk 2, Giulia-Teparche, geht geradeaus bis 5 DME, dann rechts rum 275 bis 8,4 DME von Frankfurt, dann rechts rum über Taunus, nach Tabuk auf 5.015. Und die Höhenrestriction ist bei 8,4 DME von Frankfurt, 3.500 und bei 11,4 DME von Taunus, 4.400, schaffen wir auch. Und im Case of Engine Failure, straight ahead, Cleanup in 1950, dann steigen wir auf 4.500 und überlegen, was wir dann machen, abhängig von dem Fehler, den wir haben. Und zum Thema Startabbruch, haben wir heute keine Besonderheiten, wir haben konservativ gerechnet, haben jede Menge Luft für den Startabbruch, 500 Meter habe ich gesehen, das sollte kein Thema sein. Bahn ist trocken, Wahnsinn. Das Max-Take-Off geht von der Performance her, könnten wir 605 Tonnen draus holen. 605 Tonnen, Wahnsinn. So, Reda? UKI, PUKI, Papa Uniform, Kilo, India, Niner, Niner, 5 heavy, pushback, request accepted. Ja, nur für die mentaler Bevorragung. Die ist nachkollung gegen die Tür im Szenen. Nachkollung gegen die Tür im Szenen. Ich weiß ja, du bist schnell, aber ich kann nicht nur sagen, ich muss nur sagen, ich muss das mal sagen, aber... ... request to end pushback received. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Philippine 1814, Manila Tower. Altimeter 293, Traywind 251 at 17. Cleared ILS, runway 24, approach. Cleared ILS, runway 24, approach Philippine 1814. Cleared ILS, runway 35, approach. Tomhoomiro, runway 354, approach. These are all the way to the traffic. In the way, the car's a Grand-Élysée, and the train will bejemputed. If we're in the City in Victoria, we'll see you next time. We'll see you next time. Now, let me explain. Untertitelung des ZDF, 2020 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 6-1E exit, runway with an email. 6-1E exit, runway with an email. Philippine 1814, number 2 for landing. Follow the generic, on final. 1-2-6-1-7. Clear to land, runway 24. Clear to land, runway 24, number 2, Philippine 1814. Deboot 6-1E exit, runway with an email. Deboot 6-1E contact, ground on 1-2-2-0. 1-2-2-0. 1-2-2-0, first rebound, 6-1E. 1-2-2-0. Deboot 6-1-E. Deboot 6-1-E. 2,500 Manila Tower, Orient Pacific, 204-210 miles, northeast inbound ILS runway 24 approach Orient Pacific, 204-2 Manila Tower, altimeter 29.3 wind 26197, cleared ILS, runway 24 approach Orient Pacific, 204-2 Philippine 1814, turn next taxiway Philippine 1814, contact ground, O-12 on descent Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Minimum 200 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 50, 40, 30, 20, 10, 5. Pukipuki, Pogba, Uniform, Kilo, India, Niner, Niner, 5, heavy turn, next taxiway. Pukipuki, Pogba, Uniform, Kilo, India, Niner, Niner, 5, heavy contact ground on 121 decimal tree size. 121 decimal tree size, Pukipuki, Pogba, Uniform, Kilo, India, Niner, Niner, 5, heavy. Pogba, Uniform, Kilo, India, Niner, 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 N Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020